Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe jetzt hier im Piermatten Messplatz. Da ist ähm Monster Truck Schau heute. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht, wie das Land aussieht. So, jetzt mal da, das ist eine Monster Truck Schau. So, jetzt geht's. ja was das hat schau ist heute um 40 uhr da geht so 90 minuten ja das zeigt euch mal heute mittag das das video ja das geht erst um 40 uhr los da gehe ich heute hin da geht noch bis nächste woche nächste woche dann noch einen tag am sonntag um 14 uhr der eintritt kostet 20 euro für erwachsene und kinder 20 euro sorry kinder 15 euro ja sehen wir uns gleich wieder so tschüss wir sehen uns wieder auf youtube videos drehen und tschüss bis letztes mal ich wünsche euch einen schönen sonntag